Der Wettbewerb der Berlinale ist komplett. Vom 7. bis 17. Februar werden 19 Filme um den goldenen Bären ringen. Fünf weitere werden außer Konkurrenz laufen. Für besondere Aufmerksamkeit dürfte hier das Werk von George Sluiza sorgen. Dark Blood zeigt River Phoenix in seiner letzten Rolle. Zum 20. Todestag stellte Sluiza den Thriller von 1993 fertig.